Direkt hin, direkt wieder zurück, klar? Direkt hin, direkt zurück. Lazarus wird stinkwütend auf dich sein. Ich hab nichts gemacht. 100 Riesen in Schein. Ich will, dass ihr ihn findet und tötet. Sein letztes Stündlein hat weit geschlagen. Sie haben dich betrogen. Lazarus hat sie umgebracht. Meine Frau, mein Sohn. Ach du Scheiße. Wir müssen sie bekämpfen. Trainieren sie mich. Du tust genau das, was ich dir sage. Von jetzt an wird es kein Zurück mehr geben. Greif mich an. Mit deinem Messer könntest du deine Organe vom Boden kratzen. Verdammte Scheiße! Er war nicht mal in deiner Nähe. Und diesmal... Nennen ein Nichtster, verdammt! Bist du bereit? Aber absolut nicht. Hab keine Angst. Du wirst Reue verspüren, wenn du deinen Feind tötest. Aber lass dich nicht davon beherrschen. Hinterfrage niemals deine Absicht. Weiter!